CWB Woof DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD- Nein, wir haben es nicht. Lass es wieder raus. Kann ich es wieder neu machen? Nein, wir gehen wir nochmal in die Karte. Ich denke, dann könnte ich die Karte etwas verwenden. So, jetzt gehen wir nochmal in die Karte. Ich habe mal da überall oben Fragezeichen, was kannst du versuchen. Ausrufezeichen bitte. D-Ausrufe. Entschuldigung. Da ist noch ein Archen. Da ist noch ein Klang zu. Schönen Auf zu Enron Aaaaaah Wo ist das? Der Pfeil Der Pfeil Nö Schade Schade Hier der Pfeil Der Pfeil Der Pfeil Hier führen vier Dinger irgendwie so aus Hier kann ich gar nichts machen Vielleicht im Pitz Da war doch was noch mit dem Pitz Die Sonneflasche vor dem Eisertag zeigen Als wir auf der Kirche geklecht haben Jaa Bitteschön Bitteschön Und tschüss Schädelhöhle Bitteschön Dass der Tessau nochmal überlebt hat Schon erstaunlich Heiß Mit dem Helm Die Lara könnte sich als nur Tisch erweisen Okay Hier kann ich den Helm inklatschen Hier, nimm das Was gibst du mir? Labyrinthenstück Ich weiß woher Find dann durch das Labyrinth Indem du den Anweisungen des Pfeils oben folgst Öh Hoch Rechts Hoch Links Hoch Rechts Hoch Links Links Runter Links Es wäre jetzt so einfach 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 nach unten zu gehen Hey Aber warum auch Einfach machen wenn es kompliziert viel besser ist Oder? Ich weiß auch nicht so nichts Ich weiß auch nicht so nichts Das ist die Sonne Dann bastel dir eine Sonne Dann bastel dir eine Sonne Gehen wir nochmal da wo der Warenkarren ist Die Feder war ja hier rum Orientiere dich an den Farben des Regenbogens und bringe die Federn in die richtige Reifung Hähne Warenkarren So, dann kam dunkelblau Hellblau Grün Gelb Ne, Rot muss ganz oben Gelb und Orang Das kann man die da hinten auch nehmen oder anders da herum, dass das leider nach oben gehen muss. Die Sonne! So, jetzt gehen wir hier hinten hin, hier hinten. Handtaschenkachel! Ein Leier, was ist ein Leier? Eine Leier, eine Leier, eine Leier, eine Leier, eine Leier, fällst du jetzt ein, fällst du jetzt ein? Suchst du lieber? Das Horn fehlt, oh nein! Da, 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 das Horn! Jeter hoch, dann wieder mal mal lesen! Brauchst du nicht! Wie eine frische! Brauchst du nicht! Was machen wir mit einer Nuss? Die knackt man! Ach ne! Schlagst du den Kopf! Die Schulte voll wucht die Nüsse! Hast du die Weintrauben nicht gerade eingesammelt? Die braucht ja zwei! Ah! Fäustling! Oh! Weißt du was ein Fäustling ist? Fäustling? Ah! Glocke! Ah! 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 Ist das dann nicht ne Glocke? Ne! Doch! Seife in ne Schale und nun Luft! Ja, ich brauch nur Luft! Ach ne! Hier ist die Knacke! Tritt nur noch die Seife! Seife! Oh Seife! Wo versteckt sich die Seife? Bestimmt wieder so offensätzlich, dass man sie locker übersehen kann! Bestimmt! Aber Seife in einer Schale? Wo soll denn die Schale sein? Die Schale ist hier! Ah! Ah! Es ist ne viereckige Seife! Ähm! 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 Warte! Seife! Das bräuchte ich auch! Das bräuchte ich auch! Das verrät mich gleich an Spongebob! In der Uhr! Warte! 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 Ich bin sensibel! Hau mich nicht! Aua! Ich bin sensibel! Hau mich nicht! Aua! Ich bin sensibel! Ich bin sensibel! Hau mich nicht! Äh! Sie? Äh wo? Drehe das Leibeln so, dass jede Kugel im richtigen Loch landet! Die Farbe der... Äh! Äh! Das Geld muss nach oben! Ach! Echt? Nein! Nein! Oh! Da hat mein PC grad geladen! Alter geht die Kugel langsam runter! Ah! Nein der Scheiß! Oh! Oh! Machen wir ein bisschen Scheiße! Er zauft! Ein Fehler und was vergagt! Jetzt mal, wenn das blauer kommt.... Nee! Die hattest du grad! Nimm die andere Seite! Genau! Wie ist denn? Hä? Du hast doch da drüben hindrückt! Ja! ja doch wie macht das sind wirklich alles von vorne machen muss also kann man natürlich ein spiel auch in die länge ziehen was schlimm ist bis die kugel ankommt oder dort ewig kommt er doch okay ich bin vorbeigerollt blubel die kommt bestimmt hierhin irgendwo will das wilde pflanzen paar um den schrank zu öffnen wähle nach einer zwei blumen aus um sie zu vertauschen ich weiß nicht was da ist es sehr rosenblatt da habe ich aber richtig da ist ein kleeblatt nach oben bitteschön schlüssel ich kann keine zutaten machen tut mir leid tschüss ich zermann schnell dein hören ja und dann den heißen pott in der arschtasche war also wenn sie dann sagt ihr ist kalt dann wissen wir alle sonnenblumen so hin dass sie in richtung der sonne zeigen wähle eine sonne aus um sie zu drehen und dann kannst du es locker flockig gleich in die hand nehmen sicherheits nadel hier sollte etwas hängen was genau die nadel ja ich wollte noch mal was